So, was geht ab Leute? Ich bin's mal wieder, euer Joss Gamer. Und heute spielen wir mal Pixel Gun, aber sound leiser. Und ja, ich hab hier neue Waffen, die nur Diamanten kosten. Hier Leute, ihr könnt mal alles sehen erstmal. So. Und dann nochmal hier den Richter. Und ja, jetzt machen wir mal so einen Schlüssel da drauf. Und was wird's? Dann ist es ein 3, oder? Ja. So, spielen wir jetzt erstmal. Null zu neu. Erstmal sind die anderen hier. Was ist das? Was ist das? Psch, süsch. Okay, gut. Wurde nicht getroffen. So. Okay, ich muss jetzt erst mal so abbiegen, weil mich jemand töten will. Alter Junge, sind die OP. So, der wurde erst mal getroffen. So. Mann, Leute, los. Bleib doch nur stehen, ey. Ich geh jetzt erst mal auf die Wasserflasche. Der kommt angeflogen. Okay, Richter. Jemand hat den auch. Den Richter. Richter. Okay. Aber wir verlieren die Runde, oder? Keine Ahnung. Okay. Nein. Ich könnte das nicht steuern. Alter, wie OP, Mann. Ich dachte erst mal so, wow, das ist ja so mal richtig OP. Also, meinte ich jetzt so gar nicht OP. Und dann kamen die jetzt mit einem Hit an. Das soll ich schätzen. Schon wieder, oder? Nee. Ein Schuss. Oh Gott, jetzt kommt er mit der Waffe an. Wir wollen mal hoch zu der Lampe. Aber was nicht funktioniert. Leider. Los. Okay, wir führen, wir führen. Ah ja, hier ist ein gutes Versteck. Ist jetzt... Oh Gott. Ich dachte schon. Boom. Komm bitte. Nein. Ey. Okay, hier nochmal gespawnt. Danke für die Ablenkung. Dafür verbrauche ich meine Munition. Hier nur noch ein Schuss. Keine Munition mehr. Einfach. Ist einfach. Ach, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Locker. Easy. Easy. 23 minus. Was? Offen noch mal spielen. So. Ich kann mal verstecken hier. Und ballern. Nein. Nicht der, nicht der. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er mich kennenzulernen hätte. So. Das soll nicht wahr sein, oder? Mann, ist so typisch. Wow, danke. Ich kann ja mitgeschleppt werden. Sehr geil. Und... 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 Der muss ja auch tot sein. Nicht wundern, warum ich immer so mache, weil... Das geht mir irgendwie auf den Pinsel, weil ich immer verliere und ein Trophäen verliere auch noch. Oh mein Gott, ey. Oh ja, 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 ja. Danke dir. Kann ich aber weiter weg. Oder? Ja. Irgendwo war das Loch. Jetzt ballern! Ich bin ein Soldat. Ich muss sie auch sammeln, danke. So. Ne, ne, ne. Nicht mit mir. Okay, super. Gut, dass er gestorben ist. Okay, los. Andere... Los. 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 Flieg. 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 Ja, da hat er Angst, dass er getroffen wird. Los. Geh mal. Schade, dass er nicht getroffen wurde. Oh Mann. Nein. Nein, der lässt er mich nicht killen. Okay. Da ist er auch modern. Stimmt ja, hier ist ja keine Munition mehr. 23 Sekunden noch. 23 Sekunden noch. Los. Abführen. Los. Hier hin. Jetzt. Bam, 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 bam. Los. Kein. 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 Ach. Wir haben die Runde gewonnen. Easy. Geht doch. Jetzt spielen wir mal eine Runde Team Strike. Los, los, los. So. Ich glaube die Runde beginnt. okay okay los mann muss los jungen keine schieten oder gefallen aus versehen aus versehen mein gott wie schwer so richtig wer beginnt für sie und ein sieg für uns nicht das ist ein richtig mieser spieler ja den richter jetzt ist eine munition das reicht nicht Oh man, wie geht die Anlage 30, nee 18 Euro fehlen, weck, weg, rache rache rache, wow. da ist er doch nur noch eine runde mache ich das video aus oder ich mache einfach jetzt schon aus verabschiede mich jetzt und ja leute wenn euch das video gefallen hat und